Hallo Leute und herzlich willkommen bei Gushu Gaming. Heute spielen wir eine kleine Runde Roblox EH. Und ich hatte ja in der letzten Folge versprochen, dass wir Zivilpolizisten spielen. Und ich hatte das eigentlich schon mal aufgenommen und dann habe ich... Ich habe was falsch eingestellt und der hat einfach nicht Roblox aufgenommen, sondern meinen zweiten Monitor. Ja, ich bin dumm. Und deswegen müssen wir jetzt nochmal neu aufnehmen. Ich hoffe, es wird jetzt auch der richtige Monitor aufgenommen. Hm? Sag mal, war das gerade der Verbrecher, der von der Ariston kam? Na, da ist er. Den kriegen wir noch. Was machst du denn? Der ist, der ist kriminell. Der ist kriminell. Mann, die Steuerung ist beschissen. Ah! Nein! Hinterher! Wo ist der hingefahren? Mann! Wenn ich selbst gegen so einen B***er sag mal, ihre Haaren! Ja, die sind draußen. Hier sind sie. Hör, seit wann ist die Wand so dick? Früher war die nicht so dick. Da war die Wand hier viel dünner. Haben sie etwa hier was geändert? Das kommt mir gar nicht so vor, als ob hier die Wand dicker ist. Entweder haben sie den Tresor innen kleiner gemacht. Oder hier die Wand dicker. Keine Ahnung. Ich dachte immer hier, äh... Also früher war die Wand viel, viel dünner. Da bist du einmal durch. Äh, da war die, keine Ahnung, so dünn wie so ein Baumstamm. Oder vielleicht ein kleines bisschen dicker. Aber dann nicht so ein richtig langer Tunnel. Aber normalerweise war die Wand dünn. Am Boden wahrscheinlich... Ach hier, der ist auch mal gefallen. Ah, Mann. Juwelier! Da gehen wir hin. Ah! Guck mal hier, meine Maus ist hier oben. Und jetzt drehe ich so, drehe ich so. Guck, ich hab hier so, so. Jetzt ist sie da auf einmal da drüben und nicht mehr da. Bei jedem anderen Spiel machst du Rechtsklick. Und dann drehst du dich. So. Und wenn du loslässt, ist die Maus genau da, wo sie ist. Und jetzt ist sie bei mir auf dem F***-Krieg-Monitor. Oh nein. Na, ich hab ja auch wenig Leben gemacht. Was ist denn F***? Ich geh jetzt irgendwo hin und blitze ein paar Leute. Ist jetzt zwar langweilig. So, aber bist du dumm? Was machst du denn? So, aber bist du dumm? Du kannst echt kein Auto fahren, oder? Hä? Die eine Sache ausrauben. Und dann instant wieder wegfahren. So, dich hab ich. Wetten, du bist auch kriminell? Nee, bist du nicht. Ja, ich lass dich jetzt hier zurück. Das ist mir Wurst. Tschüss. Was bist du für einer? Bist du kriminell? Nee, bist du nicht. Ist doof, ist halt, der weiß jetzt halt, dass ich hier mein Auto gefärbt habe und ich jetzt der Rote hier bin, aber... Jetzt ist der Typ auch noch gelieft. Will der mich eigentlich komplett ver... Ich mein eh... Ich mein, egal, er ist eh jetzt im Gefängnis, aber... Ach, sind das hier die Autos von diesen... Von diesen anderen beiden hier? Charlin, WW81. Ja, okay, hier sind die Autos von denen. Ein Zivilauto. Warum auch immer hier ein Zivilauto steht. Ah ja, hier sind sie. Ja. Ich weiß nicht, bringt mir die Uniform hier Schutz? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Bamm, den hab ich umgeknallt. Und da ist ein Kollege in dem Auto. Ey, bleib stehen. Bleib stehen. AHHH! Ey, jetzt stoppt der da hinten meinen Gangster ab. Nein, 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 das ist meiner. Den hab ich umgeballert. Ey, das ist meiner. Das ist meiner. Ja. Gut so. Der hier gehört auch mir. Den hab auch ich umgeballert. Junge, das ist meiner. Ich hab beide umgeklatscht, weil die anderen Polizisten da in diesem Juwelier gehockt haben und nix hingekriegt haben. Und dann hab ich beide geklatscht und dann stoppt ihr mein... Also nicht ihr Leute, sondern diese Polizisten mein XP ab. Was ist denn... Ich hab den gekillt. So, jetzt haben wir den abgegeben. Ha! Wie der es leidet. Ich glaub, ich stell mich jetzt hier auf diesen Kreisel und blitze ein paar Leute. Einfach, weil ich Bock dazu hab. Mann, jetzt komm ich hier nicht mehr hoch auf diese Kackebene. Ich hab Gummi. Bam! So, und ich hab hier auch geblitzt. Ich blitze dich auch gerne nochmal. Ach nee, ist noch auf Cooldown. Schau. Ja, die G-Klasse blitze ich auch mit. Ach, nur noch gerne. Weg, Notarzt! Du stehst im Weg. Was willst du hier? Was willst... Was wollt ihr denn alle hier? Lass mich hier blitzen. Ich blitze hier. Weg, lass mich hier in Ruhe blitzen. Ich bin hier der, der blitzt und nicht ihr. Man kann hier auch nicht einmal in Ruhe, Leute, blitzen, ohne dass einer von euch dazukommen muss und mitblitzen will. Und jetzt haben wir aber schon einige geblitzt. So, ich blitze mir auf. Kann es sein, dass ich dich aus Versehen geblitzt habe, anstatt den Pasa... anstatt den... den Fort da? Ha, er hat einen Polizisten umgefahren. Mann, müsste er denn unbedingt immer hier blitzen, wo ich blitzen will? Ich kann auch gut alleine blitzen. Warte mal, wenn ich hier jetzt so ein Ding ins platziere, das sieht man doch nicht immer unbedingt instant, wenn ich die hier so platziere. Also so krass, offensichtlich sind die Teile doch jetzt auch nicht. Kann ich doch hier so welche hinstellen. Wenn du von hier kommst und hast schon Speed, dann hier vor noch zu bremsen, wird schwer, außer du fährst halt gegen eine Wand oder so. Ja, ja, geh mal weg woanders hin. Ich bin hier schon. Was willst du denn noch hier? Kannst du denn nicht mal gehen? Die Bank, die Bank, die Bank, die Bank, 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 Bank. Ich hab's gehört, die Bombe ist explodiert. Ich hab's gehört, ich hab's gehört. Schnell hin, 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 hin. Ey, ich hab die hier, ne? Was willst du machen? Ich hab die festgenommen. Er flieht, er flieht. Medic, weg! Du stehst mir im Weg, Mann! So, beide abgegeben. Da kommt noch eine deiner her. Aber ich glaub nicht, dass der von der Bank war. Ich glaub, bei der Bank waren nur die zwei. Aris. Nein! Nochmal, nee. Scheiß drauf auf Aris. Ich will lieber hier weiter blitzen. Schnell, ich muss da hoch, bevor der Bus hier weg ist, weil ich will den Bus blitzen! Gib Gummi! Mann! Musst du dich denn unbedingt an diese Verkehrsregeln halten? Nein! Voller geblitzt, Alter! Nein! Auto kaputt machen! Ja, wir müssen mal zur Wache nachfüllen. So, ich hab jetzt noch schnelles Auto. Ach, moin, Kollege Schnusschu! Hast du jetzt Schiss? Mann! Ich war so kurz davor. Jetzt kommt쳐. Musik. Ach, scheiß drauf. Weil ich würde sagen, dass wir jetzt an der Stelle auch die Folge beenden sollten. Und deshalb bedanke ich mich fürs Zuschauen, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!